Name your game Was geht's da? Beseitige die Einächsen auf deinem Weg Ziele mit L Drücke A um zu schießen Kopfschüsse vor allem in Folge können dir Zusatzpunkte verleihen und sogar ein Leben wiederherstellen Wir probieren's gleich Das wird witzig Beliebigen Knopf drücken um zu starten Los geht's Ah ok Jetzt geht auf Zeit Headshot Das ist mega geil Das gefällt mir Nein Schon Leben weg Headshot Ok das ist doch nicht so einfach Bronze haben wir mal geschafft Weiter geht's Man muss hier mega schnell sein Sehr schön Komm Das sind die schwierigen Gut Gut Der wird schwer Hier Aber wir haben Silber erreicht Das ist schon mal gut Das ist ein schwieriges Game Ja man muss ihn eigentlich beim ersten Mal treffen Sonst hat man hier schon abgelost Sonst hat man hier schon abgelost So ging's jetzt auch noch Sehr nice Sehr nice Das geht mega schnell Aber gut gegangen Das auch Komm Bisschen Glück Ja Jetzt einmal noch Glück Aber es ist schon Gold Mega nice Wir werden es noch ein paar Mal spielen Das ist funny Jo Oh Perfect So 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 Diesmal Nur Silber Probieren natürlich den Highscore noch einmal zu knacken Also gut aus weggeballert und wieder das war knapp nein okay wir verlieren oh gott kann ich den treffen dankeschön ja jetzt bin ich tot 4000 irgendwas perfekt ich lasse mir jetzt mehr zeit bei den anfangs dingern kriege ich nämlich mehr punkte nein das muss ich doch mal starten es ist jetzt immer nicht mal silber einmal probieren was noch obwohl wir gold schon haben ja perfekt sehr nice das war schlecht jetzt verliere ich wieder alles bei allem nie gott sei dank dankeschön zumindest silber silber ist es schon wir sind halfway gold perfekt jawohl 5000 5200 perfekt und das heißt das war es mit der kanonenrettung ein wunderbares spiel von 13 one game collection volume 1 ich hoffe euch hat es genauso viel spaß gemacht wie mir probiert es doch selber aus wenn ihr ein ähnliches game seht und ich kann nur sagen danke fürs zuschauen wünsche euch noch einen schönen tag viel spaß mit euren eigenen games und bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten mal